hallo meine lieben freunde meines kanals ja so in etwa könnte es auf dem planeten koi 456.04 aussehen ein planet der entdeckt wurde obwohl man gar nicht danach gesucht hat es ist reiner zufall dass man diesen planeten in dem sternensystem kepler 160 gefunden hat denn dort gab es schon zwei bestätigte planeten aber jetzt hat man einen planeten entdeckt der unglaublich erd ähnlich ist er befindet sich in einem abstand zu seinem stern der die optimale bedingung bieten würde dass es flüssiges wasser an der oberfläche gibt und was noch mit hinzu kommt der stern ist sonnen ähnlich das heißt es handelt sich hierbei um einen stern der genauso tickt wie unsere sonne und das ist eine grundvoraussetzung für die entwicklung zum beispiel von leben auf einem planeten denn unsere sonne ist ein ganz braver stern das heißt also unsere sonne produziert nicht etwa größere ausbrüche wenn dann mal einen kleineren der ist jetzt nicht ganz so schlimm aber es gibt natürlich sternsysteme zum beispiel rote zwerge das sind ganz gefährliche kleine gift zwerge ja die produzieren unglaublich viel energie auf kleinem raum und ab und zu will die energie raus und die flutet dann meistens in großen protoperanzen und materieausbrüchen in das sternensystem hinein und das ist ein problem generell zum beispiel für die entwicklung von leben wir wissen noch zu wenig ob das wirklich eine ein killer kriterium ist ja es könnte sein das planeten in einer bestimmten größenordnung tatsächlich ein magnetfeld ausbilden was wesentlich stärker ist als das was unsere erde zu bieten hat also all das könnte natürlich trotzdem dazu führen dass es auch zum beispiel bei sternensystem mit roten zwergen auch planeten gibt die leben beherbergen aber nichtsdestotrotz es ist so dass dieser planet hier einer der besten kandidaten ist um sagen zu können da könnte es tatsächlich leben geben nun er ist doppelt so groß wie unsere erde ja aber das ist kein hindernis das heißt die gravitation ist zwar doch recht happig da ist es auch die masse dieses planeten ist in einer größenordnung wo man sagen muss naja wenn man da als mensch drauf stehen müsste hätte man wohl wenn 80 kilo hat 320 kilo das stehen dürfte schwierig werden ja aber man kann sich ja flach hinlegen aber dann wird es mit dem atmen schwer also das ist wirklich ein thema und das wird das müssen wir uns auch unterhalten also wenn wir zum beispiel planeten irgendwann mal entdecken wollen in der frage auch die zu besiedeln dann ist natürlich ein planet mit einer vierfach höheren gravitation an der oberfläche wie unsere erde nicht unbedingt die beste wahl aber nun gut es ist so dass man wenn man mal die technologie entwickelt hat solche planeten auch zu besiedeln ja vielleicht eine genetische anpassung vornehmen kann dass die knochen ein bisschen mehr wumms haben dass die muskulatur stärker ausgebildet ist also man muss sich bei der besiedlung von planeten natürlich auch ein paar gedanken machen wie man die eigene erscheinungsform den planeten bedingungen anpasst aber das kommt erst dann wenn man mal eine interstellare spezies ist dann braucht man sich aber auch nicht wundern ja dass also die spezies an sich irgendwann mal nicht mehr erkennbar ist also die schauen dann alle anders aus logisch weil man muss ja eben auch gucken dass das ganze hinhaut mit der anpassung an die dementsprechenden planeten aber so weit sind wir noch lange nicht aber was wir in der preis vorarbeit mehr oder weniger leisten können das ist tatsächlich und solche planeten bisschen genauer anschauen jetzt schon mal gucken ja wo wo sind denn die planeten die wir eigentlich brauchen um dementsprechend dann auch eine solche besiedlung vorzunehmen und dieser planet hier koi 45604 ist einer dieser kandidaten wo man mal drüber nachdenken kann dass man sagt ja das könnte mal in extrem weiter zukunft ein ziel sein was man bei diesem planeten machen könnte man könnte zum beispiel schauen gibt es denn auf diesem planeten leben das hängt jetzt ganz davon ab ob es möglich ist zum beispiel diesen planeten beim vorbeiziehen an seiner sonne genauer zu beobachten wenn wir mal hier ein bisschen rumtricksen mit space engine dann können wir hier durch die atmosphäre durchschauen seht ihr hier im hintergrund sehe ich zwar noch den stern aber ich kann durch die atmosphäre hindurch schauen und da kommt ein ganz wichtiger punkt mit hinzu den auch neue teleskope liefern das hier ist die möglichkeit zu gucken befinden sich zum beispiel biosignaturen innerhalb der atmosphäre das ist so genannte transit methode das ist etwas das beherrschen wir bei der entdeckung planeten von planeten das heißt wenn so ein planet an seinem stern vorbeizieht dann können wir gucken ist da eine abdunkelung beim stern aber mit besseren teleskopen die jetzt momentan in der entwicklung sind kann man dann auch gucken was ist denn in der atmosphäre wasser zum beispiel aber auch chlorophyll könnte man da ohne weiteres rausfiltern ja aus diesen informationen die man durch dieses durchscheinen bekommt also ein wunderschöner planet der hier entdeckt wurde der zwar jetzt nicht unbedingt der große absolute überkandidat ist ja man darf nicht vergessen doppelt so groß wie die erde das ist natürlich schon schon wieder irgendwas wo man drüber streiten kann aber ich habe gerade erklärt es ist für eine interstellare spezies nicht das problem sich an die an die gegebenheiten auf einem planeten anzupassen wenn man mal herausgefunden hat wie man den körper so anpasst dass er zum beispiel auch hier existieren kann das kann man übrigens auch dann machen wenn man zum beispiel verschiedene atmosphären hat dass also die generelle aufnahme zum beispiel von sauerstoff dementsprechend angepasst wird an die umgebung des jeweiligen planeten aber wie gesagt da sind wir noch lange nicht so weit wir gucken uns jetzt in universe sandbox 2 das system koi 456 nochmal genauer an im speziellen jetzt jedem unseren planeten hier also im kepler 160 system um dann auch mal ja sehen zu können wie weit ist denn dieser planet tatsächlich von seinem stern entfernt und wie schaut denn das system überhaupt aus so mein lieben jetzt sind wir in universe sandbox 2 und jetzt gucken wir uns mal an was man von kepler 160 schon wusste da wusste man tatsächlich schon hier gibt es zwei planeten aber relativ nah an ihrem stern dran deswegen ist es ein bisschen schwierig hier mit der temperatur also wenn ein planet so nah an seinem stern dran ist dann ist das tatsächlich ein größeres problem nämlich wenn man davon spricht dass es hier leben geben sollte also das heißt wir haben hier teilweise extreme bedingungen auf diesem planeten und deswegen auch die wahrscheinlichkeit für leben hier sehr gering also die beiden inneren die waren bekannt kamen aber nie in frage dass man sich die näher anschaut logischerweise denn sie sind eben ja ein bisschen zu nah am stern und nun haben wir hier koi 45604 oder kepler 160 d das ist der kandidat über den wir jetzt sprechen das ist tatsächlich die möglichkeit dass es hier leben gibt auf diesem planeten denn er befindet sich im abstand ungefähr er erde sonne das heißt also ungefähr eine astronomische einheit hier in der habitablen zone des sternes das bedeutet flüssiges wasser an der oberfläche wäre durchaus denkbar in universe sandbox 2 können wir ein bisschen rumspielen ich glaube er hat jetzt hier ein bisschen dementsprechend auch habe ich jetzt eine eisschicht oder was soll das sein hier weiß nicht machen wir hier 200 grad oberflächentemperatur damit machen ein bisschen wasser haben ja wir haben ja gerade in space engine gesehen wie space engine die oberfläche sieht eines solchen planeten und universe sandbox 2 macht das ein bisschen anders ja das heißt also wir haben hier nicht diese grafischen möglichkeiten zum beispiel an die planeten oberfläche vorzudringen und deswegen auch das erscheinungsbild nicht ganz so wunderhübsch wie in space engine aber was wir auch hier sehen ist eben die atmosphäre wenn man sie ein bisschen ein bisschen näher rangeht hier zum beispiel wenn man hier durchguckt auch hier sieht man eine atmosphäre also diese kleinen wolken ich hoffe man sieht das jetzt überhaupt haut das hin ja hier sieht man so ein bisschen ja also hier haben wir eine atmosphäre und hier der ähnliche effekt auch hier kann man theoretisch durchschauen hier können wir nicht an die oberfläche des planeten universe sandbox 2 ist für das nicht ausgelegt aber was man mit diesem sternensystem jetzt machen kann logischerweise man kann sie auf eine liste setzen und sagen okay wir haben bald das extremely large telescope und mit dem very large telescope könnte man sich den natürlich auch ein bisschen näher anschauen logischerweise im übrigen kepler 160 also ko i 45604 jetzt der planet das ist etwas was in den datensätzen eigentlich schon vorhanden ist das heißt also hier werden immer wieder planeten gefunden die man ja in der anfangsphase als man die daten von kepler ausgewertete gar nicht entdeckt hat da gibt es noch ein paar perlen 3000 lichtjahre entfernt das ist natürlich jetzt so ein thema also für die momentane technologie unerreichbar logischerweise das heißt es macht keinen sinn sich darüber gedanken zu machen dass man dieses planetensystem auf absehbare zeit besuchen könnte 3000 lichtjahre nennen da braucht das licht halt auch 3000 jahre bis zu uns kommt das heißt also die aufnahmen die man hier teilweise bekommt durch die transit methode die dann diese abdunkelung definieren das ist 3000 jahre alt diese information aber es ist noch relativ jung im vergleich zu dem was das universum so bietet an entfernungen muss man auch sagen allerdings ist es für uns momentan unmöglich da hinzukommen also mit was sollte man das bewerkstelligen das ist etwas für eine interstellare spezies zum beispiel für große raumschiffe die gebaut werden die solche entfernungen überbrücken können generationenraumschiffe zum beispiel also wenn man den plan also ins auge fasst zu sagen man besiedelt ein sternensystem dann würde man größere schiffe bauen aber das interessante ist ja man man den sich als spezies ja nicht also man sagt ja nicht jetzt haben wir 3000 lichtjahre entfernung irgendwas entdeckt jetzt fliegen wir erstmal dahin normalerweise ist es so dass man die nächsten planeten besiedelt um eben dann die als hab zu nutzen um dann weiter in die galaxie vorzudringen und so würde sich dann zumindest die möglichkeit ergeben dass man verschiedenste planetensysteme und sternensysteme besiedelt wie gesagt immer mit dem hintergrund dass wir wenn wir sowas machen ja zum beispiel auch bei diesem planeten hier nicht einfach hinfliegen können wir sehen das hier das heißt also hier hat man komplett andere bedingungen wie auf der erde das heißt also diese sogenannten supererden das sind extrem massive gesteinsplaneten ja und wenn man da zum beispiel landet auch mit raketen ganz ganz schwierige thematik man darf nicht vergessen für eine spezies die sich auf einem solchen planeten entwickelt ist auch die raketen technologie ein riesen problem denn du brauchst sehr sehr viel schub um da wegzukommen von einem solchen planeten also das seht selber das ist gar nicht so einfach ja es heißt also es kann durchaus sein dass sich eine spezies erst technologisch wesentlich weiter entwickeln muss als auf unserem planeten dass die den orbit erreichen ja mit dementsprechend zum beispiel chemischer verbrennung also das ist alles ein bisschen tricky was jetzt auch zum beispiel die entwicklung von interstellaren von einer in einer interstellaren spezies angeht unser planet passt so weit auch auf einem planeten wie kepler 160d könnte man raketen starten aber das wären extreme geräte die man da braucht aber nichtsdestotrotz ist ja auch nicht so schlimm das heißt es muss ja nicht unbedingt sein dass da schon jemand sitzt und wartet dass irgendwo hinkommt nein es könnte tatsächlich sein dass wir dann die ersten sind die auf diesem planeten fuß fassen in einer extrem weit weg gelegenen zukunft muss man auch sagen aber nochmal tolle entdeckung mal wieder es ist tatsächlich so dass diese entdeckungen immer mehr werden das heißt also man geht davon aus dass solche planeten wie man jetzt hier entdeckt hat wie zum beispiel koi 45604 oder kepler 160 d dass man da noch sehr sehr viele finden wird in unserer galaxie die sich um einen ja sonnen ähnlichen stern bewegen und dieser sonnen ähnliche stern hat dann einen gesteinsplaneten innerhalb der habitablen zone ihr seht ja selber habitable zone um einen stern wie unsere sonne das ist schon da ist schon viel platz ne also da kannst du schon damit rechnen dass da in sehr vielen sternensystemen auch planeten existieren und in dem system ist es halt auch interessant dass im inneren bereich schon zwei gesteinsplaneten existieren ähnlich im übrigen merkur venus na das heißt also hier hat man zumindest schon eine gewisse ähnlichkeit ob es jetzt in diesem sternensystem gasplaneten weiter draußen zum beispiel gibt das weiß man noch nicht genau aber es wäre durchaus möglich dass dieses sternensystem ähnlich viele planeten besitzt wie unser sternensystem bin mal gespannt was da noch alles gibt als eine wunderschöne entdeckung wieder mal zweite erde und irgendwann mal ja werden wir mit sicherheit ein sternensystem entdecken wo es ganz genau matcht also wo man dann auch sagen kann hey guck mal wasseratmosphäre wasserdampf in der atmosphäre hey wir haben da sogar eine biosignatur gefunden das wird kommen definitiv und es ist eine frage der zeit und eine frage wie viel geld nimmt man in die hand für die dementsprechende erforschung dieses themas denn die teleskope die sind natürlich teuer naja zum beispiel auch das james web aber wenn man es unbedingt wissen will ja in einer absehbaren zeit dann muss man halt einfach auch was dafür tun von alleine wird hier keiner kommen und sagen hey guck mal da ist ein planet mit leben nein ich denke das müssen wir selber rausfinden wird uns nichts anderes übrig bleiben aber es wäre ja auch mal stellt euch mal vor wie schlimm das wäre wenn jetzt außerirdische kommen und sagen wisst ihr eigentlich dass alleine in der milchstraße über 100.000 planeten existieren mit leben ja das wäre schrecklich also ich finde es schrecklich also ich bin da eher der meinung sollte man selber rausfinden ja also muss nicht unbedingt jemand kommen und petzen sondern sowas ist etwas was hochinteressant ist auch für die entwicklung einer spezies wenn man sich das selber erarbeitet bin aber auch mal gespannt wie lange es noch dauert vielleicht erlebe ich es noch mal also diese meldung endlich planet mit leben entdeckt da draußen das wäre natürlich die topmeldung schlechthin dann gibt es allerdings nichts mehr zu toppen nein muss man auch sagen also wenn da leben entdeckt wird auf einem anderen planeten dann dann wissen wir auf jeden fall dass das universum extrem viel leben beinhaltet das heißt also dann wäre leben normal und keine ausnahme das würde dann einiges ein bisschen einfacher machen wie ich finde so mein lieben das war es jetzt mit KUI 45604 oder Kepler-160d warum in den Medien jetzt immer KUI 45604 genommen wird ich denke mal die generelle Durchnummerierung wird dann wohl Kepler-160dora sein aber mal gucken wie es dann genau genannt wird das Sternensystem da gibt es ja immer mehrere Bezeichnungsmöglichkeiten da gibt es ja immer noch nicht mehr aber auch noch da Constellungen da gibt es ja immer noch die in der Markvidee da gibt es ja auch noch eine Untertitelung des ZDF, 2020